Es kommt zu uns, die 23. Europameisterin. Oh mein Gott, es ist so cool. Ich habe es in meinem Kopf schon den ganzen Tag gehabt. Und ich habe manchmal nicht mehr daran geglaubt. Aber jetzt habe ich einfach alles in 800m gegeben. Das hat sich gelohnt. Und an dem Ziel, hat es sehr emotional ausgesehen? Ja, es war sehr emotional. Der 7-Kampf ist nicht so gelaufen, wie ich es habe gehofft. Die Wetterbedingungen waren so schwierig. 12 Grad, Regen, Wind. Und ich wusste, es kann kein beste Resultat geben. Aber der Meisterschaft zählt den Rang. Und vor dem Achtung mit wusste ich, es ist möglich. Aber ich war trotzdem so nervös. Und ich bin froh, dass ich es machen konnte. Es war ganz lustig. Du bist nach der Linie zuerst an Boden. Und dann hast du hinterher geschaut. Du hast in deinem Kopf etwas gezählt. Ja, ich wusste, ich muss eineinhalb Sekunden vor dem Weissenberg im Ziel sein. Und als ich im Ziel war, haben meine Beine einfach nicht möglich. Und dann dachte ich, oh nein, du musst dahinter schauen. Und da haben sie gar nicht gesehen. Ich habe einfach nachher gehört, dass ich gewonnen habe. Das ist echt mega cool. Das ist eine riesen Erleichterung. Der Druck ist gross. Der Druck ist gross. Aber den meisten Druck habe ich mir selber getan. Weil der erste Tag ist mir nicht so wunschgemäss gelaufen. Da habe ich ein bisschen Zweifel gehabt. Aber nach dem Spiel habe ich gewusst, ich schaffe es. Wenn ich einfach so wie immer mache, Kopf voran. Die 800 Meter laufen und so ist es gegangen. U18, U20, U23 hat es jetzt schöne Medaillen gegeben. Jetzt gibt es dann noch eine U23. Oder noch in zwei Jahren U23. Nein, ich bin eben nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Also, die nächste Medaille ist eine andere. Genau. Mein Ziel ist, die Meisterschaft zu zeigen, wer dabei ist. Dass ich vorne mitwischen kann. Dass ich die Konkurrenz zeigen kann, dass jemand kommt. Und das ist mir gelungen. Und jetzt will ich mich aktiv angreifen. Ich bin Freienis. Bravo, 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 bravo. Berlin descubrage Definition Ja Vielen Dank.